Guten Tag, Lord Fisch. Es ist eine Serie viel geiler, weil er die Arme von dem C19 abreißt. Piccolo und die anderen machten sich auf die Suche nach dem Christen C20. Leider konnten sie ihn nicht fassen und vergeudeten nur ihre Zeit. Der Versteck sieht doch und schaltet die jetzt nacheinander aus. Der Versteck sieht doch aus. Als wir keine Energie haben, wird es schwierig sein. Etienne, hast du etwas? Nein. Ich habe immer noch keinen Sinn von ihm. Boah, ich bin in den dämlichen Kanal reingeflogen. Es gibt keinen Sinn von ihm zu haben, dass er diese röcke ist. Es ist mehr als möglich, dass er jemanden schützt. Hm. Es sieht aus, dass jemand jemanden will sterben. Bescheidt ihr? Legitzt ihn noch nicht an? Er ist schneller als ich gedacht habe. Mach ihn nicht! Ich aufteile es auch immer das Beste, ey. Und, äh, Sex haben. Im Horrorfilm. Und natürlich in die erste Etage fliehen. Na, Krillin, bereit zu sterben? Der Trick ist einfach alle Felsen zerstören. Der Trick ist einfach alle Felsen. Der Trick ist einfach alle Felsen. Und, äh, äh. G-Greif. G-Greif. Androids. G-Greif. 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 Mr. Piccolo! G-Greif. 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 Krillin, gib Piccolo a Senzu bean Okay Let me have him And what does a weakling like you hope to accomplish? I will be taking your energy I will eliminate you I will be taking your energy Oh Scheiße Ja, der saugt durchgehend Energie ab Du musst den echt im Nahkampf platt machen Ups, falsche Taste I will eliminate you I will eliminate you You've made a terrible error in trying to fight me alone What does a weakling like you hope to accomplish? I will eliminate you I will eliminate you I will eliminate you Your energy is mine Unglaublich, was der für eine Scheiße alles kann, ey Unglaublich, was der für eine Scheiße alles kann, ey Wo ist der Leer Fisch? Nein! Ohne Scheiß, das ist Gibt's doch nicht. Und ich kann mich dagegen nicht wehren, der ist einfach plötzlich hinter mir und macht mich. Und das ist auch richtig, weil du kannst ja nicht im Kampf nach oben oder nach unten fliegen. Ohne Scheiß. 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 Mhm. Why didn't you try and save your wife and child just now? Foolishness. I have no interest in things like that. Vegeta, Vater des Jahres. I saw what looked like a badly damaged android on my way here. It looks like the androids you fought are different from the ones I've been fighting in my time. Then what the hell are we fighting? Uh, that's not that big of a deal, right? I mean, so history's a little different now. Wait, that creepy geezer was an android? Huh? Yeah. That might have been the actual Dr. Jirou. I've seen a photo of him in one of my books. He probably modified himself to extend his life. No way. You mean my coming here years ago changed history this much? He mentioned androids 17 and 18. Those were the two you were talking about, right? Tell us. What do they look like? Right. Android 17 is a young man with long black hair and a scarf around his neck. Android 18 is a young woman and her outfit is more or less similar to mine. Uh, a female type? Oh, come on. Bulma, do you know where Dr. Jirou's laboratory is? He's probably there right now. Wow. If I had to guess, it's likely in the mountains up north. I heard that he built it in a cave around there to do his experiments. To think he was a lackey for the Red Ribbon Army. That's crazy. That settles the matter then. We'll find the location of Dr. Jirou's lab and destroy it well before he's able to activate androids 17 and 18. I'm above such cowardly tactics. Let him activate them. I'll turn them into scrap with my bare hands. No! We have to destroy his lab before he activates the other androids. And if we can't, then we have to avoid fighting until Goku is fully recovered. We have no need for Kakarot. You're forgetting that I'm a Super Saiyan now too. And I'm no ordinary Saiyan. I'm the Prince, which means I'm leagues above Kakarot in terms of power. Don't stand in my way. Ach, Vegeta. Vegeta may actually have what it takes to get rid of the androids. As a Super Saiyan. It might just work. I can transform into a Super Saiyan too. Yet, I was no match for them. I'm going to. He's difficult to deal with. But I'm not about to watch my father die again. Wulmer steht direkt daneben und denkt sich, er hat Vater gesagt zu Vegeta. Father? Did he say Father? What did he mean? I guess there's no point in keeping it a secret. Not anymore. Kids name is Trunks. Vegeta is his father. You're his mother. In other words, he's your son. Trunks is the grown-up version of the baby you're holding in your arms right now. What? Really? Ah. Well, that explains it. That's why he was able to go Super Saiyan. It's weit weg, aber sie macht einen guten Gesichtsausdruck. I think it's probably best we destroy the androids before they've been activated. You guys come with me. We're going to look for Dr. Giraud's lab. Right. Yeah. Okay. Bulmer. This is important. Could you let my dad know what's going on? And tell him to come help when he feels better? Well, I would. But how am I supposed to do that? Have you seen my plane? Gohan. Head back and take her with you. Understand? We're more than strong enough to destroy the androids. Okay. Be careful. All right. Let's go. We have to get there before Vegeta does. Right. Doop 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 doop. Noch mehr EP. Hurry. We've got to find that lab before the androids are activated. Ah, immer mehr Bereiche werden freigeschaltet. So if androids 17 and 18 are activated, do you think Vegeta will be able to take them out? Hard to say, honestly. Let's just hope he can scrap those two before they're activated. If this Dr. Giroux built a lab in such a remote location, he must not like people very much. He wasn't exactly a well-respected scientist. No surprise there. Androids 17 and 18. I wonder if Vegeta's already run into them. This Dr. Giroux was working for the Red Ribbon Army? You ready for a real challenge? Mal gucken, was hierfür... Achso, auch nur Level 35. Das ist ja nichts als Gegner. Don't kid yourself. You could never beat me. Will, are we close to where the lab is? There it is, up ahead. Verdammt nix Neues. Verdammt nix Neues. Verdammt nix Neues. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Was veranstaltet ihr hier wieder? Habt ihr den Dragon Ball gefunden? Was ist passiert? Was ist passiert? Wie schreitst du? Ich habe dich erschaffen! Du hast uns nicht erschaffen. Wir hatten Leben bevor du sie verletzt hast. Listen zu mir! Du musst Gokus' allies eliminieren. Sie kommen! Das ist eine Ordnung! Hörst du das? Das ist eine Ordnung, 17. Wir werden nicht ein einziges von deinen Ordnungen folgen. Wir werden jetzt nur uns selbst beachten. Geyser! Es gibt noch einen! Was ist da in der Welt passiert? Was ist da in der Welt passiert? Another one bites the dust! Let's go! Ich fühle mich viel besser jetzt. Hey! Was ist das? Hey! I don't think I've seen you before, big guy. What's your number? 16. Android 16, huh? Interesting. So you're an earlier model. Android 16? I've never heard of an Android 16. Wait. So those are the androids that Dr. Giraud was talking about? Trunks. Can you confirm that these are the androids you originally warned us about? Y-yeah. But I've never seen that large one they called 16 before. What? At least I haven't seen him in my time. So, what's going on here? Hm. Who cares? Just one more hunk of scrap to add to the pile I'm going to make. Wait. Where's Dr. Giraud? Oh, the old man? I took care of him. Hm. All right. Let's go. Get going? To where? I'm not crazy about doing what Dr. Giraud wants. But as androids, I think we should do something. So let's go kill this Goku guy. Hey, 16. You were created specifically to kill Goku, right? Correct. Well, I guess that's settled then. Where are they going? Don't tell me they're actually gonna try to find Goku. Well, that's what Dr. Giraud wanted, right? To kill Goku. I couldn't give a damn about that. How dare they? How dare they ignore the mighty Vegeta? Kill Kakarot? Ha! Don't make me laugh! What have you learned? Effekt bleibt nach dem erhalten. Aktiv. Nahkampf-Kombo erhöhen. Da ist Stufe 3 für den Massivangriff. Da ist Stufe 3 für den Massivangriff. Ja, Vegeta, du bist der Wichtigste. Aber nur mit Bart. Da ist Stufe 3 für den Massivangriff. Well, well. I didn't expect to see you rejects roaming around in here. You're going to tell me where you're going right now. Whether you want to or not. We're off to find Goku. We're gonna kill him. See, that's what I thought. Too bad that's not going to happen. Because I'm going to blow every one of you to pieces. You Saiyans sure are full of yourselves, aren't you? That pride of yours. It's just gonna get you killed faster, you know. You've got quite the mouth on you for a machine. So who's up first? The punk? The woman? Or maybe. I should just scrap all three of your trash cans at once. Wait, that's right. We still haven't seen what you can do, Sixteen. Why don't you fight him? Negative. My prime directive is to eliminate only Goku. Wow. What a letdown. Fine. I'll do it then. He's in English like Terminator. The C-16. Vegeta! Are you alright? So you came. You're really starting to piss me off. Vegeta and 18 are about to fight. So back off. What? Still. Just watching isn't much fun. I guess... I could play with you guys. You know what that means. You and I won't be having any interruptions. Hm. Be warned. I don't plan on going easy on you just because you're a woman. big bang. I don't plan on going easy on me. Big bang? Don't tell me. That wasn't the best you can do, was it? Of course not. Big bang? Attack! Wow. I didn't think you'd have this much in you. Does that mean, that that Goku guy is even stronger than you? I'm the stronger one! No. Es ist egal. Es ist nicht so, dass sie großartig sind. Es ist egal. Wie dare du? Du bist fertig! Das ist ein Lied. Sie ist so viel stärker, das merkst du einfach daran, dass ich sie treffe. Aber sie überhaupt nicht zurückgeschleudert wird. Geht's heute den ganzen Abend um Goku und den Terminator? Ja. Geht es. Angebrochen. 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 Danke. Langebren. Angebrochen. 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 Aber wir werden sie fragen, die woher von Goku zu fragen? Nein. Es wird viel Spaß, wenn wir ihn finden uns selbst finden. Du kannst so ein Kind sein, 17. Du kennst das? Du denkst so? Whatever. Ich bin gut, als ob wir eine Stoppe in der Stadt machen können. Meine Kleine sind ein Schraub. Ich denke, ich werde ein neues Outfit brauchen. Ich bin gut, warum nicht? Hey, warte, warte! Huh? Was willst du? Was ist es, dass du dich nachher bist? Ich meine, warum machst du das? Well, erstens, wir werden uns vorgesehen von Goku. Ich meine, warum machst du nach Goku? Hey, das ist alles nur ein Spiel. Ich meine, Goku ist der stärkste Typ, der da ist. Bin ich richtig? Du wirst wahrscheinlich nicht einfach stoppen, weil ich dich gefragt habe, richtig? Negative. Wir wurden für den sole Ziel, um Goku zu eliminieren. Du hast den großen Typ. Ja. Aber sollte man nicht helfen, deine Freunde zu helfen, anstatt zu uns zu sprechen? Und jetzt flirtet C-18 mit ihm. Krillin macht bei C-18 Wiedergeburt. Mit der Vaseline wieder nur voraus. Und guten Abend, Dr. Wolfenstein. So, sie wussten alles über die Sensu-Beans und lassen uns einfach auf unseren Weg gehen. Sie fühlten nicht sogar den Nehmen, um uns zu töten. Geh nicht nach ihm. Lass ihn einfach sein. Er hat endlich ein Super Saiyan geworden. Er hat seine Freude und die Hoffnung als Krieger gewandert. Geh nicht so schlecht war, was wahrscheinlich zu viel für ihn zu nehmen. Auch Trunks, die Frieza so schnell verabschied haben, können sie nicht ein Finger auf sie. Das ist es, nicht wahr? Kein Problem, wie stark Goku erhältst, gibt es keine Chance, dass wir gewinnen können. Okay, hier ist der Plan. Ihr seid nach Goku zu Hause, dann geht's ihn nach einem anderen Ort, sofort. Bevor wir nichts anderes tun, müssen wir sicher sein, dass Goku besser wird. Äh, so, äh, richtig. Was sollst du tun, Piccolo? Piccolo will sich mit Gott vereinen. Äh, er ging da hin. Äh, okay, ich denke, ich verstehe es. Er hat einen finalen Weg in den Schlaf. Einen finalen Weg? Wenn man DBZ noch nie gesehen hat. Was sollst du sagen? Also, du kennst, was in der Richtung ist, nicht wahr? Huh? Ich bin wirklich nicht sicher. Was sollst du sagen? Das ist Kami's Platz. Und? Was soll das mit nichts tun tun? Wenn ich zurück auf Planet Namek habe, sprach ich mit Guru. Er hat mir gesagt, dass wenn Kami und Piccolo nicht verabschied wurden, sie wären so мощig wie ein Saiyan. Also, ich glaube, dass Piccolo wird mit Kami kombinieren und zurückkommen zu sein, dass er sein eigenes Warrior selbst ist. Aber, wenn Kami eskommt, wenn Kami eskommt, wie er jetzt ist, dann werden die Dragon Balls nicht verabschieden? Äh, aber wenn beide sterben, dann wird das gleiche passiert, dann wird das gleiche passieren. Also, Piccolo wird wahrscheinlich fühlen, wie das unser Bestes Gericht hat, wenn ein Anniac- - so starker. Aber was ist mein Vater? Ich meine, was ist Vegeta? Was denkst du, dass er auf jeden Fall ist? relax there's no need to hide it anymore i mean we already know that you're bulma's kid all grown up and from the future vegeta's the only one who doesn't know what oh uh i see i'm sorry for hiding it from you hey no need to apologize i'm going to meet up with chaotzu if things get hairy again i'll be back gotcha we're gonna get goku and take him to master roshis place okay okay make sure you tell goku not to overdo it weißt du wir bringen ihn von zu hause weg zu einem noch viel bekannteren und viel länger existierenden ort weil muten roshi ja schon acht milliarden jahre auf diesem auf dieser dämlichen schildkröteninsel lebt right we'll tell him plot overdo it huh yeah of all the times not to overdo it now would actually be the time the androids in my timeline were in no way that powerful has history really been altered that much you you